Hi Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise Sunbreak. Wir haben die Anomalie Forschungs-Quest Stupe 5 freigeschaltet und machen hier jetzt mal weiter gegen einen Mitsu Zune. Ich hoffe, das wird ein bisschen stressfreier als gegen den Lunar Garon, weil der Mitsu Zune nicht das allerstressigste Viech ist. Natürlich ist es Master Rank 6 und natürlich ist er ein Anomalie-Fiech. Es wird ihn stressiger machen als in seiner normalen Variante. Er wird auch elendlich viel Leben haben, aber nichtsdestotrotz, ich schätze ihn eigentlich ein bisschen unstressiger, zumindest im Vergleich zum befallenen Lunar Garon ein. Anomalie-Forschung mit zu Zune. Gute Nachrichten, wir haben gerade erfahren, dass ein befallenes Monster gesichtet wurde. Noch bessere Neuigkeiten. Es ist viel mächtiger als die, die du kennst. Du weißt, was das bedeutet? Mehr Daten, Zeit zum Nachforschen. Den Text kennen wir doch schon, oder? Wann nicht bei diesen normalen Quests? Die Texte hier anders? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. So, wo treibt er sich rum? Oben in den Gewässern mit Sicherheit, ne? Genau, sieht man auch schon. Auch das hier können wir mal wieder einstellen. So, zack. Nein, nicht absteigen. Da gehen wir uns noch ein paar Vögelchen holen. Das geht ja jetzt Gott sei Dank immer relativ schnell. Weil wir jetzt ja immer verlässlich den Vogelflüsterer kriegen. Mit der neuen Erkenntnis, dass wir mal Dango-Gutscheine nutzen. Ja, das sind glaube ich so Kleinigkeiten, die ich mir für die nächsten Monster Hunter-Spiele mal merken muss. Am Anfang vernachlässige ich sowas immer wie die Dango-Scheine und diese komischen Müsse da, um die Meonzer-Jäger effektiver zu machen. Aber ich glaube, gegen Ende oder gegen Mitte des Spiels, wenn man dann auch irgendwann genug von dem Zeug hat und auch absehbar ist, dass man es nicht für andere wichtige Dinge braucht. Das ist ja auch immer so ein bisschen meine Sorge, ne? Dass ich so irgendeinen Quatsch ausgebe und man es dann doch irgendwann für was Cooleres gebrauchen könnte. Aber ich glaube, irgendwann muss man es einfach mal raushauen, bevor man davon 150 in der Tasche hat. Hier geht's wieder raus. Ach nee, ähm, hier rum. Und dann sieht's, naja, die Lebensfront, ne? Die könnte noch ein bisschen mehr sein. So, das nehmen wir mal mit. Ah ja, und Leben wird jetzt auch hier oben voll. Und dann haben wir, glaube ich, sind wir, glaube ich, gut gebufft und dann kommen wir uns auf den Weg zum Mitsu begeben. Vielleicht kommen wir uns nochmal eine Reise zu dem anderen Lager da. Wenn man so richtig lohnt, tut sich das eigentlich nicht, glaube ich. Ready to rumble. Auch Angriff haben wir jetzt auf Max. Das ist doch sehr nice. Habe ich jetzt eine Nullbeere genommen? Ich wollte eigentlich das hier nehmen. Einmal die Ausdauer auf Max bringen. Ja, es lohnt sich nicht mehr so richtig, da oben hinzureisen zu dem Lager. Jetzt sind wir eigentlich eh fast da. Und der Mitsu-Zune dreht auch gerade ab. Dann drehen wir auch ab. Und empfangen ihn hier, würde ich sagen. Können auch schon mal den Seilkäfer hier mitnehmen. Oh, es ist aber ein relativ kleiner Mitsu-Zune, oder meine ich das nur? Ja klar, und er macht direkt den Satz zur Seite. Sauber Mitsu, gut ausgewichen. Hätte ich mir gar nicht zugetraut. Okay, da haben wir auch schon den Anomalie-Debuff drauf. So, du bist doch noch gar nicht so wütend, Junge. Oh, kein Seilkäfer am Start. Und damit auch Schaden passiert. So, er schreit sich hier langsam in Rage. Bringt uns auch noch ein paar Heil- und Angriffs-Bubbles mit. Aber dafür sind wir jetzt auch... Ne, wir haben den Blasen-Debuff gar nicht drauf. Hätte ich eigentlich mit gerechnet. Komm, ey. Tut das, no. Du musst doch nicht immer so aus dem Weg springen. Doch, tut er aber. Jetzt haben wir den Blasen-Debuff drauf. Der uns so ein bisschen hier rumschliddern lässt. Was aber auch nicht so schlimm ist, ehrlich gesagt. So, haben wir endlich unsere Klinge rot. Oh, und wir sind auch so gut wie am Ende. Kommt mal hier mal irgendwie weg. Danke. Das Gute ist, hier kann uns der Mitsu gerade nicht nachfolgen. Ich glaube, in diesem Gebiet hier können Monster nicht kämpfen. Nichtsdestotrotz, es war deutlich knapper gewesen, als ich wollte. Auch da merkt man auch, dass der Billo Mitsu Tune hier anomalie-technisch nicht zu unterschätzen ist. Zumindest schadenstechnisch auch in der Anomalie. So, was hast du vor, mein Freund? Oh, zweimal im Gesicht getroffen. Oh, das tut mir ja leid. Und nochmal im Gesicht. Und am Körper. Und da konnten... Magna Malo. Den wollen wir aber gar nicht. Ich würde sagen, wir steigen einmal um, Leute. So, ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. Nein. Oh, Gott sei Dank. Also das mit dem Umdrehen nach einer Rolle, das muss ich auch irgendwie nochmal üben. So, zack, Doppeltreffer. Und, naja, das können alles Doppeltreffer sein, wenn man nah genug dran ist. Zack, zack. So, einen würde ich gerne noch. Komm, wo ist... Kriegen wir noch einen, ja, ne? Und jetzt den Briten und Lächereien wieder. So, wenigstens diese Schadensphase... Diese erste Schadensphase konnten wir richtig nutzen, im Gegensatz zu unserem letzten Kampf gegen den, ähm... Luna Garon, wo das mal alles nicht geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, warum haben wir nur noch einen einfach aufgeladenen Schlag gehabt? Ich glaube, ich habe zu viel losgelassen, ein bisschen. Naja. Das war nicht hundertprozentig, aber besser als gegen den Luna Garon auf jeden Fall. So, da liegt er auch schon. Ja, er ist nicht so stressig wie der Luna Garon. Oh, höchstens ein bisschen nervig. So, jetzt könnten wir uns tatsächlich mal hier einen weiteren Seilkäfer gönnen. Scheinlich gucken wir uns nachher drum. So, sein Kopf ist schon gebrochen. Das sieht man. Hat der Magna Marlo wahrscheinlich gemacht, der eine Angriff von ihm. Oh nein, ey. Weicht zur Seite aus. Er legt sich freiwillig ab, ey. Unfassbar. Yo, rote Wasser. Ey, du bist echt ein Lappen, ne? Und du? Oh, nee, ein Drachenältester bist du gar nicht. Ich halte ihn, glaube ich, immer für einen... ...gerne für einen Drachenältesten, aber ich glaube, er ist gar keiner. Oder ist er einer? Ne, ich glaube nicht, oder? Ich habe gerade angefangen. Naja, ist auch egal. Wir müssen ihn nur umhauen. Dafür ist seine Klassifizierung relativ egal. Oh, guck mal, warum wir auch immer diesen Buller nicht abbekommen haben. Na gut, vor dem Kopf. Noch lieber wäre mir Kopf und Schwanz gewesen. Say goodbye! Oder zweimal Kopf. Oder Kopfbereich zumindest. Ach, er ist festgekettet. Er kommt hier gar nicht weg. Warum sagt mir das denn keiner? Oh, Kopf und Schwanz. Sehr schön. Ich glaube, festgestellt ist es auch manchmal gut, sich einfach mal vorher einen Schritt wegzurollen, bevor man auf ihn zuzischt. Weil wenn man den ersten Treffer so gerade eben nach der ersten Drehung mit der Schwertspitze erwischt, dann trifft man den zweiten auf jeden Fall. Egal, wie groß oder klein das Monster ist. Ansonsten ist es oftmals nachteilhaft, wenn man zu nah dran steht. Weil man dann gerade bei kleineren Monstern nur einen Treffer landet. Oder bei Monstern mit kleinen Treffern, äh, Trefferflächen, keine Ahnung. Anja noch mit ihren zwei Stummelfüßchen oder sowas. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Da alles, alle Treffer an den Mann oder das Monster zu bringen. So, eher schon ein Gebiet weiter. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Tränke erst versoffen. Anni, wir haben auch schon welche von einem anderen drückt, oder? Aber ich weiß es nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht so gestresst wie gegen den Lunar Garand. Das ist schon viel wert. So, was kommt da raus? Was Schönes? Ne, leider nicht für uns. Es ist auf jeden Fall explodiert. Was auch nicht schlecht ist. Aber klar, Drachensperr. Wäre eine Nummer cooler, da ist schon wieder was gebrochen. Und er liegt und ich komme kaum dran. Was ein bisschen schade ist, weil ich schon eine rote Aufladung habe. Aber diesmal kriegen wir sie durch. Aber er ist weggerutscht. Und deswegen haben wir schon ja den dritten Treffer nicht an den Mann bekommen. Oh nein! Einmal noch erwischt, aber... Leider auch den vollen... Aber auch diese Explosion, ne? Entweder hat sich mein Dango-Verteidiger aktiviert, oder sie ist lange nicht so heftig wie beim Lunar Garand. Ah, was hat unsere Katze da aufgestellt? Äh, Heilung. Heilung brauche ich gerade nicht. Zumal man bei nicht ganz so heftigen Monstern auch tatsächlich viel übers Life-Leach wieder reinkriegt. Bei ihm zum Beispiel. Eigentlich sind wir wieder komplett hochgeheilt. Konzentrierter Schaum. So, jetzt sind wir auch mit der Bubble wieder komplett hochgeheilt. Aber trotzdem fände ich mal einen weiteren Seilkäfer ganz nett. Katzi, wo bleibt der Käfig? Ja, danke. Na, wollt ihr noch ausweichen? Wollte der Mitsu aber nicht. Oh, scheiße. Okay, dann müssen wir uns vielleicht doch einmal manuell heilen. Bevor das irgendwie doof kritisch wird hier. Ach, komm, ich bin doch ausgewichen. So, können wir jetzt mal, danke, uns mal ein bisschen Leben über Schaden zurückholen. Es ist doch schön, wenn die Monster mal mitspielen. Wäre schon nicht mehr in der Anomalie, oder was? Ach doch, vorne am Kopf ist noch was. Und er schreit nochmal wütend. So, wir schärfen einmal nach. Auch das geht entspannter als beim Nur-Garon. Oh, Rathian. Ja, ein... Ach, Rathian mal reitbar. Ja, das... Oder von mir aus auch nochmal, äh... Mitsu Zune, dann steigen wir halt wieder um. Soll mir recht sein. So. Ja, komm, wir steigen direkt um. Machen wir ja nicht den großen Zinnober. Mitsu Zune liegt auch gerade so schön. Genau, einmal den Salto. Und vielleicht nochmal den Salto. Und nochmal den Salto. Komm, einen kriegen wir noch. Und den britischen Rächer hinterher. Es ist so krass unterschiedlich, ne? Wie groß der Stressfaktor in so einer Anomalie ist. Je nachdem, welches Monster es ist. Klar, der Stressfaktor zwischen den Monstern ist halt generell stark unterschiedlich. Aber ich finde, in so einer Anomalie fällt es nochmal stärker auf. Ach, scheiße, falschen Move gemacht. Naja, egal. Oh, shit. Oh, shit. Das war nicht so gut gewesen mit nur einem Treffer. Die Liegephase war scheiße für uns gewesen. Ja, immerhin wieder rote Waffe. Wollen wir uns mal nicht zu stark beschweren. Und der Mitsu Zune sieht auch so aus, als wenn er gerade nicht mehr so viel könnte. Warum stellt unsere Katze kein Seilkäferdingen auf? Ich finde, das könnte sie durchaus mal tun, ja? Hat sie aber anscheinend gerade keinen Bock drauf. Ach, er liegt schon wieder. Ja gut, immerhin hat er gewartet, dass unsere Waffe wieder rot ist. Das finde ich sehr kollegial von ihm. So, und direkt diesem Move hier hinterher. Und das auch nochmal. War schon wieder gelb und haben ordentlich Schaden dabei gemacht. So, er liegt schon wieder. Unfassbar, aber ich glaube, das werden wir nicht gut nutzen können. Ne, da sind wir noch nicht mal Star in der Liegephase. Er ist einfach so weit weg geflogen. Ach, guck mal, hier ist doch noch ein Seilkäfer. Ich war mir nicht mal so sicher, ob hier in dem Gebiet wirklich einer war. Ja, war er offensichtlich und wir haben es die ganze Zeit nicht bemerkt. Er ist in der Falle, auch schön. Dann schauen wir mal, dass wir die Fallenphase gescheit nutzen können. Okay, diesen Spieß, den müssen wir einfach anderweitig nutzen. So war es nicht gedacht. Weil wir den dritten nicht genug aufgeladen sind, um den dritten Treffer rauszukriegen. Ich wollte auch erst einen normalen Schlag machen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Oh, hi, Rathian. Boah, die letzten Tage nie gewusstet, wenn ich alleine gezockt habe, ja? Aber jetzt mit der ganzen Quatscherei, da geht es schon wieder los. Ähm. Ja, man sieht, ne? Er macht keinen Stress. Oh, das ist nochmal sterben. Aber er braucht trotzdem einiges an Zeit, bis er mal hinüber ist. Was hat unser Buddy ausgepackt? Eine Falle! Dann nutzen wir die doch sehr gerne. Zumindest im Rahmen unserer gelben Möglichkeiten. Au, da kam noch ein zweiter Schrahl hinterher. Mit dem habe ich jetzt eher weniger gerechnet gerade. Oh, oh, oh. Äh, ziemlich bescheiden gerade vom Leben. Äh, äh. Oh, ja, 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 ja. So. Und dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt wieder einzusteigen. Nein, wir versuchen doch noch nicht wieder einzusteigen in dem Kampf. Und was war das denn für ein unkontrollierter Strahlen mit Zuzune? Der ging ja mal rauf, runter, links, rechts. Äh, ich hoffe, das sind seine letzten Verzweiflungstaten. Ah, gut, ich müsste ihn auch mal treffen. Damit es seine letzten Taten wären. Oh, wir sind wieder geseift. Boah. Okay, okay, okay. Das könnte jetzt ätzend werden. Ich will einfach nur weg. Und meine drei Heiltränke saufen. Jetzt sind wir doch noch mal einiges an Heiltränken losgeworden hier zum Schluss. Aber wir haben noch keine erste Hilfe benutzt bis jetzt. Okay. Ach komm, ernsthaft, mit Zuzune. Warum triffst du mich zuerst? Weißt du, ich time, ich sehe ihn kommen. Ich versuche das schon richtig zu time. Und trotzdem gelingt ihm der Ersttreffer. Es ist unfassbar. So. Die gehörten dafür jetzt mir, mein Freund. Naja, gut. Der dann wiederum nicht mehr. Warum habe ich keine Waffe mehr draußen? Gib mir bitte diesen Seilkäfer. Das war doch jetzt ganz schön gewesen. Irgendwie. Ach, Mann, ey. Immer diese Doppelwasserstrahlen. Ernsthaft. Hör auf, hier deine Seife zu spucken. Ernsthaft. Das ist der Ende. Ja, okay. Jetzt habe ich auch gerade eh keinen Nive-Reach mehr. Dann gönnen wir uns lieber mal eine klassische Heilung. Dann wirkt sie auch. So, wie wäre es, wenn du jetzt einfach mal ein bisschen still hältst mit zu Zune, ja? Sag goodbye! Aber es sieht nicht so aus, als wenn er diesen Vorschlag großartig annehmen wollen würde. Klar, ich komme nicht weg, weil ich in der Animation gefangen bin natürlich. So, schön mal an die Seite gemogelt. Und ich stehe wieder in der Explosion, ja? Jetzt nervt er gerade irgendwie doch hart, ne? Der Anfang war so schön fluffig gewesen. Aber jetzt will er hier irgendwie nochmal aufmucken. Und es gelingt ihm auch ganz gut, muss ich sagen. Wen schreit er an und warum? Offensichtlich niemand. Einfach nur so hat er ein bisschen geschrien. Kann man machen, ne? Wenn man verzweifelt ist. Mal eine Runde schreien. Oh, oh nein. Oh, die Wende ist nicht so einfach, wenn man unter Seife steht. Zumindest nicht die direkte Wende. In der Rolle wäre... Boah, Junge, ey, ernsthaft. Kannst du jetzt mal aufhören, hier rumzustressen? Geht das? Boah, ey, ohne Witz dreh dich noch fünfmal wieder. Fünfmal hätte ich's gerne noch, ja? Und damit man diesem Wasserstrahl überhaupt nicht entkommt. Hier kommt der Pfeil! Geflügt leider auch schon zehnmal auf dem Boden, ja? Aber... Es tut sich einfach nix. Ja, komm, nochmal so'n Strahl, so'n Wasserstrahl bitte, der dreimal um deine Achse geht. Hier kommt der Pfeil! Mehr Explosionen, bitte! Mehr Explosionen... Warum? Es war anfangs so schön gewesen gegen den Mitzitzune und jetzt läuft es gar nicht mehr. Dummidum! Ja, brezeln einfach mal durch hier und er will schon wieder abhauen. Lappen! Sage ich dann nur, lappen, was du immer abhauen willst. So. Ich könnte mir auch mal eine Megapanzerhaut und sowas gönnen, ne? Habe ich irgendwie auch nicht dran gedacht. Lohnt es sich noch? Komm, wir gönnen zumindest mal das letzte bisschen Damage hier. Kerl, nimmt das mal irgendwann ein Ende. So schon mal nicht. Ja. Schrei. Das ist der Ende! Ja, ich wollte mir gerade das Ding hier schnappen. Darf ich? Danke. So, das mag er, glaube ich, gar nicht hier gefesselt zu sein. Einmal ins Gesicht. Boah. Diese Seiten strahlen in alle Richtungen. Hat er die immer schon so gemacht? Hier kommt! Ist ja mal mega nervig. So, einmal drüber gehuscht. Ganz hundertprozentig Lernresistenz bin ich ja nicht. Nur so, so ein bisschen. Seregios gesichtet. Ein frisches, reitbares Monster. Das hat natürlich auch Charme. Oh, hast du irgendwie in die falsche Richtung ausgeholt? Kann das sein? Danke, danke. Den muss ich noch kassieren. Oh, er leuchtet blau. Dass wir das noch erleben dürfen. Und er liegt. Oh, sehr schön. Vielleicht kriegen wir ja nochmal richtig Damage drauf. Na klar. Haut ihn die Explosion wieder so weg, dass mein dritter Move ihn nicht erwischt. Boah. Da haben wir ihn. Machen wir jetzt noch eins. Dann wird es ewig lang werden. Weil, wie wir ja sehen, dauern diese Anomalie-Jagden alle ihre Zeit. Hier kommt das messige Part. Ah, 25 Minuten, ne? Ist genau so die Schwelle, wo ich denke, ah, für einen Part ein bisschen kurz gerade bei Monster Hunter. Aber wenn ich jetzt noch eine mache, sind wir halt bei 50 Minuten. Ich glaube nicht, dass die nachfolgenden Jagden wesentlich kürzer werden. Komm her! So, ist hier noch irgendwo was Spannendes? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ah, doch, da glitzert noch was. Rot. Zack. Aber ich glaube, ansonsten ist es das gewesen. Magere Ausbeute hier nochmal an rotglitzernden Ressourcen und sowas. So, Jägerrang. Was Neues ist freigeschnell. Ne, man kriegt, ich sehe, keine Anomalie-Punkte. Vielleicht werden sie ja noch nicht angezeigt. Oder man kriegt sie wirklich noch in den Untersuchungen. Was weiß ich schon. Ist auch egal. Jut, 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 jut. Ja, machen wir noch eins, ne? Die Details zur Forschungsanfrage wurden aktualisiert. So, neue optionale Quests auswählen. Oh, ne, das war falsch. Oh. Yo, Anomalie-Forschungs-Quest. Anomalie-Quest. Diablos, Rathalos, Astalos, Zinogre, Seregios, Magmadron, T-Gex. Komm, wir nehmen... Ach, komm, wir machen einfach nach der Reihenfolge weiter. Was soll's? Es wird alles stressig sein. Am unstressigsten kam mir auch der Magmadron vor, aber irgendwie stressig wird das alles sein. So, ich würde mir auch diesmal bemühen, am Anfang meine Drogen und so reinzuziehen. Ja, der Text ist immer der gleiche. Anomalie-Forschung, Diablos. Ist wahrscheinlich in der Sand-Ebene, wo sich der Diablos am liebsten auffällt. Und, ähm, ja, schauen wir mal her. Was dabei rumkommt gegen einen Diablos. So, bevor wir das vergessen, gönnen wir uns das mal. Ich finde hier, in den Rang 5 Anomalie-Quest kann man ruhig mal alles mitnehmen, was geht. So, hätten wir das schon mal, dass wir es nicht vergessen, zumindest bis zum ersten Tod, der mit Sicherheit kommen wird. Aber ich hoffe, dass es bei ein, zwei Toten bleibt und es nicht zum dritten kommt. Ich meine, letztendlich finde ich die Anomalie-Monster gar nicht so viel schwieriger als die normalen Monster. Klar, sie haben irgendwie ausdauerndere Enrage-Phasen. Das ist eigentlich auch der Hauptunterschied, ne? Ja, beziehungsweise der eigentliche Hauptunterschied ist, dass sie halt so viel Leben haben. Klar, und je länger so ein Kampf dauert, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal irgendwas abkriegt, was man halt nicht überlebt, ne? Das ist eigentlich das Hauptproblem, die Kampflänge, finde ich. Komm, Hündchen. Mit dir ist dieses Büsche-Wechseln doch um einiges angenehmer. Ach so, Schlafkröte. Ne, Schlafkröte brauche ich nicht, will ich nicht. So, lebend voll, das ist schon mal gut gegen Diablos. Was macht die Defense? Auch Max jetzt. Angriff geht gegen Max. Leider nicht ganz, aber ich glaube, Max live, Max Ausdauer, Max Defense und Angriff fasst Max. Damit können wir in den Kampf ziehen. So, er ist da unten in der Höhle drin. Dann würde ich sagen, begeben wir uns auch in diese Höhle. Oh nein, es ist ja gerade rausgegangen. Ernsthaft, Diablos? Warum? Warum? Ausgerechnet in dem Moment, wo ich komme, geht er raus. Wie immer eigentlich. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch Angriff, Max. Also, von daher war es nicht so verkehrt gewesen. So, wo seid ihr jetzt genau hin, hier ins Nachbargebiet. Gut, dann kommen wir jetzt in den Kampf starten, endlich. Ja, ja, das wird lustig werden. Wenigstens braucht er immer ein bisschen länger zum Schreien. Ach, guck mal, da kommt schon ein Woll wieder an. Damit ist er auch reitbar. Dann wechseln wir einmal und dann kriegen wir unsere Waffe auch noch rot. Das ist ja mal ziemlich gut gelaufen, würde ich sagen, für uns. So, Waffe rot. Und jetzt mit dem kleinen Wolvidon auf den großen Diablos. Sehr cool auf jeden Fall. So, zack. Nein, es hat nicht gereicht, um ihm den Schwinger mitzugeben. Komm, Wolvidon, jetzt streng dich mal ein bisschen an, hier den Diablos zu verdreschen. Ich weiß, der erste dauert immer so ein bisschen, ne? Bis du soweit ausgeholt hast. Aber dann kriegt man halt auch, ja, wenn das andere Viech nicht so völlig weit zurückschreckt. Oh mein Gott, ey. So, er ist reitbar. Immerhin, das haben wir geschafft. Dann würde ich sagen, prügeln wir jetzt noch einmal ein bisschen drauf. Und dann nehmen wir den Ritten und Rächer mit, bevor er aufhört. Aber das hat so lange gedauert. Unsere rote Waffe ist auf jeden Fall nicht mehr rot, wenn wir hier absteigen. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Hat man nicht immer so den Einfluss drauf, ne? Was die Viecher so in Angriffen haben und wie schnell die zu Potte kommen. Naja, gut. War nicht die optimale Liegefase, ja? Aber ist auch egal. So, ich hätte gerne mal den Seilkäfer, der da hinten rumfliegt. Oh ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß, was er hier vorhat. Lieber mal querlaufen. Hier kommt! So, ich wollte gerade sagen, so weit, so gut. Und dann kriegen wir die erste richtige Stelle rein. Oh, ich habe kein Protective Polish gemacht. Doch, als wir in die Hürde runtergesprungen sind, ne? Aber da kommt auch schon das nächste Opfer an. So, macht ihr das erstmal unter euch aus, dann kann ich einmal nachschärfen. Jetzt müsste nur der Diagos auch mal richtig zurückschlagen, damit Ragnar Kadacki reizbar wird. Mein Schlag ging leider aufs falsche Monster. Ja gut, Ragnar Kadacki kämpft für uns mit. Das ist auch okay. Aber es wäre mir lieber gewesen, wenn wir sie hätten reiten können. Oh Gott, der letzte hat nur 280 Schaden gemacht. Das ist bitter gegen den harten Kopf. Ey, wie kann das sein? Naja. Gut. Machste halt nix, ne? Man hat nicht immer die optimale Position. Na, ich wollte gerade sagen, erwischt uns das. Ich glaube schon. So, den schon mal refresht quasi. Okay, okay. Jetzt wieder richtig wütend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, lass mich einfach mal hier drunter durchrutschen. Und jetzt einfach mal ins Gesicht. Oder vor die Beine halt auch. Oh nein, der macht schon wieder irgendwas. Irgendwas, wo man besser querlaufen sollte, ne? Ach komm, ey, das ist so lächerlich, ne? Dass man von hinten in seinen Schwanz reinläuft, wenn sein eigentlicher Angriff schon vorbei ist und man dann trotzdem noch einen abkriegt. Ja, wenn er weggeht, dann gehen wir hinterher, würde ich sagen. So einfach ist das. So, schön erwischt. Weiß nur nicht, wo ich stehe. Na klar, na klar stehe ich so, dass ich noch so einen Schwanzwäscher abkriege. Oh, warum? Weißt du? Hab mich geheilt, bin seitwärts gelaufen, weil ich ein bisschen langsamer war. Hab ich mich nur noch einmal gerollt, um dem zu entkommen, aber es reicht natürlich trotzdem nicht. Das ist der Ende! Aber so, mein Freund, aber so. Dieses Duell hab ich für mich entschieden. Hier kommt der Kampf! Wir haben eine Lostrommel. Was war drin? Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus, was drin war. Komm mal her, Diablos. Oh nein, er buddelt sich schon wieder ein. Er will auf die Katze. Er hat aber schon einen Horn verloren, die Diablos. Ey, das hab ich ja null mitbekommen. Du hast mich nicht ausgelaufen! Oh Gott, warum liegt der schon wieder irgendwo drin? Er hat schon wieder irgendwas gebrochen, den Rücken sogar, der gar nicht so einfach zu brechen ist für mich hier mit meinem Langschwert. Okay, das war dämlich gewesen. Das gebe ich zu. Boah. Lass mich einfach in Ruhe. Ja, genau. Mach du mal deine Explosion da hinten, dann hab ich nochmal Zeit, mich hier ein bisschen zu heilen. Und mal wieder zurück in die Kampfarena. Da hinten war noch ein Vogel. Den hätte ich gerne. Gott sei Dank ist er nicht so weit gekommen, der Diablos. Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber jetzt müssen wir uns einmal hier in Sicherheit bringen. So. Ach Mann, komm, ich war schon drunter weg. Ernsthaft. Oh nein, ich hab ihn noch niemals getroffen. Noch nicht mal ein bisschen Heilung kassiert. Gibt's hier keinen Ausweg? Nein, nein. Und ich hatte keinen Seilkäfer bereit. Was für ein Fail-Wandlauf. Na gut, mach du da unten deinen Zinnober. Dann kann ich mich hier ein bisschen heilen. Naja, das war jetzt mega kacke gewesen. Hat mega viel Zeit gekostet. Aber was willst du machen? Manchmal machst du halt nix, ne? Komm! So, zweimal wenigstens vors Gesicht, aber gut. Hoppla. Guck mal, wir haben auch noch einen Seilkäfer, aber der musste, beziehungsweise eine Puppenspinne, aber die musste bei ihm auch erstmal einen Mann kriegen, ne? Wollen wir's mal probieren hier vor der Wand? Oh nein, jetzt geht's wieder eh erstmal weg. Okay, bei der nächsten Wand. Mach nochmal meine Waffe gleich rot. Aber jetzt sind wir auf einem offenen Feld, das ist nicht so günstig. Naja. Mal gucken. Irgendwann, wir werden mit Sicherheit nochmal in ein engeres Gebiet umziehen. Und wenn ich ihn damit erwische, wird's mit Sicherheit die eine oder andere Gelegenheit geben. Von den gesammelten Dingen sind 15% egal, das stimmt. Wenn nicht sogar noch mehr. Oh Gott, ey, er macht direkt irgendeinen Scheiß hier und ich komm nicht weg, ja? So, da steht ein Seilkäfervieh. Nehmen wir mal mit und irgendwo hier war doch auch... Genau, sowas. Einmal die Blendung, bitte. Genau, gehen wir in die Richtung, da stehe ich. Da stehe ich. Hast du gemerkt, wie ich da stehe? Oder stehe ich doch lieber hier? Na klar, ich greife ihn einmal an und er erwischt mich in seiner Blindheit. Mal wieder, ja. Oh, ich bin an diesen Dingen da hängen geblieben. Das ist der Ende! Was auch immer das für Delfine und so hier sind, ich weiß es nicht. Ach komm, ey. Wie lang man einfach in dieser Animation steckt. Ach komm, den Schwanz habe ich nicht erwischt. Lächerlich. Manchmal ist es echt lächerlich. So, er rutscht auch schon gut hin und her. Beantächtig! Es hat ihn umgemoscht. Na, wenigstens das noch. Hier kommt der Pfeil! Es war auch nicht so geil gewesen. Ich war zu nervös gewesen. Eigentlich wollte ich auch einmal an ihn ranzleiten. Hat irgendwie auch nicht funktioniert. Hab' ich den Weg! Naja. Du solltest mich nicht aufgeladen haben! So, war hier noch irgendwo die Käfervase gewesen? Da ist sie. Wow, da ist auch ein Diablos hinter mir. Ich meine, gut, ich hätte damit rechnen können. Dass er nicht einfach locker lässt. Aber so habe ich ihn nicht vermutet. So, damit ist er wieder wütend. Ja, das macht ihn unangenehm. Entspann dich, Diablos! Oh Gott, ey, scheiße. Ey, dieser leicht schwingende Schwanz da, ne? Es ist so nervig. Ich müsste mal irgendwie meine Waffe schärfen. Genau, du rennst mal in die Richtung und ich schärfe meine Waffe. Das klingt nach einem guten Plan, Diablos. So, mach du, was ein Diablos tun muss. Ich hau raus, was ein Monsterhunter, ein Monsterjäger tun muss. Ja, da stehe ich ein bisschen unter dir. Das ist okay. Schwanztreffer, mein Freund. Er hat auch eine coole Musik. Aber ihr wisst ja, was mein Favorit ist. Keine Musik geht über Barzelgäuser, aber Diablos ist auch schwer. Okay, die Musik. So, bitte mal nicht den Schwanz abbekommen. Geht das wohl? Oh Gott. Na ja, immerhin nicht abbekommen. Das ist auch schon. Damit bin ich ja schon zufrieden. Frieden. Natürlich habe ich den nochmal abbekommen. Einen normalen Anlauf habe ich abbekommen. Ey, das ist auch bitter. Ach, guck mal, hier würde sogar eine Falle liegen. Leider erst jetzt bemerkt. Die Dinger sind auch weg. Naja, vielleicht haben wir ja Glück. Wenn wir in der Nähe der Wand da links kämpfen, würde ich mal versuchen, ihn da vorzuziehen. Vielleicht kommen wir nochmal in dieses Gebiet hier zurück. Aber dann ist die Falle wahrscheinlich auch schon wieder weg. So wie ich das Spiel kenne. Das Spiel mag mich nämlich einfach nicht. So, was stellt unsere Katze da auf? Ah, nix Tolles. Es wirft irgendwas für zwei Schaden. So, da haben wir neue Käfer. Ach komm, er steht da so lange rum. Okay, das hat ihn wohl irgendwie nicht erwischt. So, ich würde jetzt mal folgendes probieren. Ach so. Ich hab ihn und er steht an der Wand. Ah, komm mein Freund. Es hat nicht gereicht, um ihn vor die Wand zu ziehen. Ich stand nicht. Boah, ich war so nah an der Wand mit den Dingen. Aber ich stand nicht, wie sagt man, vertikal genug auf der Wand, um ihn davor zu ziehen, wirklich. So kann es auch alles nix geben. Ja, schön, wie wir den Delfin oder was das auch immer ist hier erwischt haben, ne? Also wenn man schon keine Monster trifft, dann wenigstens diese kleinen Viecher. Komm, ey, als wenn ich nicht ganz woanders gewesen wäre. Ja, ja, ich war schon unter seinem Flügel gewesen. Da kann man überhaupt nix mehr abkriegen. So, das geht nochmal schön auf die Schuhe, mein Freund. Und das auch. Naja. Alles auf die Füßchen. Alles auf die Füßchen, mein Freund. Oder sonst wohin. Scheiße. So, was macht er? Ich würde gerne meine Waffe schärfen. Aber er ist mir irgendwie zu nah dran. Aber es muss jetzt mal sein. Ich glaube, er ist zwar irgendwie klar. Weil ich zu gierig auf diesen Seilkäfer war. Weil ich zu gierig auf diesen Seilkäfer war und mich lieber nicht heilen wollte und lieber diesen Seilkäfer haben wollte. So, wir gehen hier hin. Naja. Ich finde, gegen einen Diablos darf man sterben. Vor allem gegen einen Hardcore-Diablos hier. Gegen einen Anomalie-Diablos. Nee, Hardcore-Diablos ist es ja nicht. So, wir müssen grob in die Richtung. Wir gönnen uns auch auf jeden Fall wieder unsere beiden Tränke hier. Und hoffen wir halt zumindest, dass wir ihm auch ein bisschen Respekt vor uns eingeflößt haben. Ich weiß nicht, ob das gerade so den Eindruck macht oder nicht. Immerhin rutscht er manchmal über den Sand, ne? Aber das macht er... Aber die ist ja auch immer ziemlich schnell. Aber er ist auch nicht der Allerschnellste in seinen Animationserholungen und so. So, auch das haben wir noch zweimal getroffen. Aber das wird uns jetzt ziemlich was kosten, gehe ich mal von aus. So gerade eben nicht. Natürlich. Es hat uns nicht erwischt. Glücklicherweise. Nein! Man hat's kommen sehen, ja? Aber es hat nicht gereicht, um noch irgendwie adäquat zu reagieren. Fuck. Und wir haben auch noch das falsche Ding da unten ausgewählt. So, fein, dass er wieder genau so lange stehen bleibt, ja? Bis ich in Kampffosition bin. Ich hätte gerade mal wieder, als ich im Lager war, mir Sachen mitbringen sollen, ne? Das ist nicht so klug. Ins Lager zu gehen, in so einer Jagd, ohne seine Taschen nachzufüllen. Dann machen wir es jetzt eben. Oder habe ich's gemacht? Ne, drei Mega-Tränke. Das muss ich mir dringend mal angewöhnen, wenn ich in so einer Anomalie-Quest feinte. Dass ich dann auf jeden Fall mal meine Sachen nachfülle. So, einmal Ausdauer erholen. Und dann begeben wir uns in der Richtung Diablos und schauen mal, wie viel Ausdauer der gute Jungen noch hat. Ich vermute, es ist noch ein bisschen was. Wenn er nur ein roter Käfer gewesen ist. Ach, hier treibt er sich jetzt rum. Ja, hier wär's cool, ihn zu reiten gegen die Wände hier und so. Naja, er hat uns immerhin nur weggebrüllt. Aber, keine Ahnung, sein Flügel hätte eigentlich explodieren müssen. Ging aber offensichtlich auch irgendwie nicht. Ach, komm schon, ernsthaft. So, jetzt mal wieder was anderes als Luftlöcher, bitte. Klar, es erwischt uns dabei dann natürlich auch, wenn wir kein Luftloch schlagen. Wie sollte es anders sein? Ich sag mal, was stimmt hier mit meinen Schlägen gerade nicht? So, wenigstens mal wieder irgendwie erwischt hier. Und er liebt irgendwie. Ich stehe hier irgendwie positioniert. Aber ich glaube, wir nehmen einfach alles mit, was geht. Ja, es war sogar gar nicht so schlecht. 1.300er Crit. Da kann man noch nicht mal zu meckern. So, aber tut unsere Katze da raus? Irgendwas Spannendes? Boah, lass mich weg. Oh no, ey. Ja, er macht wieder irgendeine Scheiße hier auf dem Gelände. Das wird lustig werden. Oh, nein. Oh. Ey, ernsthaft. Jetzt werde ich hier von so einem kleinen Viech umgewichst. Ja, ich kriege gar nichts raus in dieser Liegefase. Super, danke. Nicht einen. Das hatte ich auch noch nie. Ich habe nicht einen einzigen Schlag rausgekriegt, weil mich auch dieses kleine Kackmonster da so beschäftigt hat. Ey, das gibt es überhaupt nicht. So, wie wäre es, wenn du jetzt mal drauf gehst, du kleines Kackviech da. So, ich muss hier gerade mal irgendwie sowas machen. Sauber, wie ich mich genau in seinen Angriff da rein katapultiert habe, ne? Das kriegt auch nicht jeder gebacken, von oben genau in den Angriff des Monsters zu springen. Danke. Das ist die Phase, wo die Monster scheiße werden. Die hatte der Mitsuzune auch. Nur bei Mitsuzune ist sie natürlich nicht ganz so unangenehm wie beim Diablos. So, immer noch mal zwei Treffer hier gemacht. Und er rennt schon wieder weg. Oh nein, du nicht. Das soll es fixieren. Wir kriegen dich, mein Freund. Ich bin jetzt einmal gestorben. Ja, noch bin ich zuversichtlich. Niemand kommt! Ja, okay. Das war irgendwie nicht mehr zu verhindern gewesen. Jo, einmal wieder ein geblitzt-Dingsda-Diablos. Ja, schön wie du schreis. Wo bin ich? Wo ist dein Spielgefährte? Das ist der Ende! Sag good boy! Ach komm ey, ich stand hinter ihm. Ohne Witz. Was sind das teilweise für schräge Hitboxen? Oder für gigantische Hitboxen? Ach Gott, nur einmal getroffen. Was? Wie hat er mich jetzt getroffen? Ach, da kommt ein T-Rex an. Oh, und wir können den Diablos mounten. Nice. Dann würde ich sagen, wechseln wir hier einmal. Wo ist er? So, da ist er. Dann würde ich sagen, kriegt der Diablos jetzt noch einmal T-Rex-Dresher ab. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, komm. Hau rein, T-Rex. Ich fieße immer gegenseitig. Doch, das war noch ganz okay. So, zack. Und nochmal. Und drauf da. Und er ist blau. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft, Leute. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das noch was wird. Ey, das Schreien hat mir meinen Angriff abgebrochen. Ey, dieser Kack-T-Rex. Ich glaube es nicht. Naja, dann machen wir es jetzt so, dass wir überhaupt noch was drauf kriegen. Yo! Da haben wir den Anomalie-Diablos besiegt. Wenn auch mehr in einer Quellenklangen-Jagd. Aber ich schätze, die Anomalie-Fünf-Jagden hier, die werden alle so werden. Und mir graust es schon, wenn Anomalie-Sechs-Jagden mit dem nächsten Titel-Update reinkommen. Befallenes Finsterhorn. Okay, das ist irgendwie neu anscheinend. Das habe ich noch nicht gesammelt. Das könnte sowas sein, was ich ja für die Waffenfreischaltung noch brauche. Oder für das Upgrade des Randale-Sockels. Naja, das wäre aber das erste von, keine Ahnung, dreien oder so, die man dafür braucht. Aber wir haben ja noch ein paar Anomalie-Jagden vor uns. Ich werde auch noch weiter Anomalie-Untersuchungen machen. Vielleicht springt ja noch ein bisschen was bei raus. Alrighty-Dighty. Die ersten beiden, ne, die ersten drei Anomalie-Fünf-Jagden auf jeden Fall beendet. Ich schätze mal, wenn wir weiterhin zwei Jagden machen wollen, werden die nächsten Parts auch nicht viel kürzer werden. Naja, schauen wir mal. Was das noch so gibt. Jemand will mit uns reden. Oh, El Gado-Tickets. Und wahrscheinlich Buddy-Tickets, würde ich vermuten. Genau. Nehmen wir mit, danke, wie immer. Yo, Leute, Freunde. Ich würde sagen, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben. Oder wenn du halt sogar ein Abo da. Ich sage erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen. und bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018